hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mad max schön dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr dabei seid euer transecker mike und wir haben uns hier schon mal ein bisschen breit gemacht wir sind ja jetzt gerade in der neuen mission angekommen wir müssen hier hauptmission zerstöre die donnerstab werfer donnerstab werfer wahnsinn was für ein tolles wort so dann schauen wir mal wie wir hier weiter verfahren wir können doch hier auch die was mitnehmen ich brauche unbedingt sprit so die höhle ist in ordnung wir nehmen erst mal unser eigenes auto wieder schon mal dass wir hier das ist schitte ach da kann ich rüberfahren das ist ja mal cool das versuche ich jetzt einmal mache ich das über die sprung chance der lässt sich auch manchmal echt schittig lenken hier so jetzt mal jetzt 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 treffen wir ihn treffen nein wir treffen ihn nicht keine chance okay wir haben jetzt nicht wirklich viel zeit so jawohl den hammer der hat uns aber leider auch noch mal gekriegt so du mach mal in die hülle wieder heil hier wir haben noch das erst mal wieder reingehen ich glaube zwei von diesen spezial raketen wer von da so weiter geht's so ne eine haben wir da noch von die ist richtig cool oh wovon haben wir dann auf einmal wieder voll sprit das ist ja lustig der hat sich von selbst wieder aufgetankt so habe ich das gern so wir haben nur noch ein wir waren jetzt ein wenig da kommen wir so nicht dran das ist schon mal schlecht so momento schön den haben wir auch ich schätze mal wir müssen dahinten durch oh mein lieber das gibt drache wird das gibt mecker mit eckert mein lieber das gibt mecker mit eckert du alte feige ratte so bist du wieder drin nun kommt mach 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 steig ein steig ein das ist auch manchmal funktioniert das hier nicht nun steig ein steig ein das ist nicht gut das ist nicht gut kann die immer so schlecht sehen so hast du jetzt die höhle wieder heil hast du die höhle heil jetzt fahr rein die sind gut die beiden und die höhle schon wieder anbrennen aus raus 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 was ist hier was geht hier ab frei weit so mein lieber jetzt jetzt kriegst du auf die backen mein lieber du brennst ja schon ich glaube das hat sich für die erledigt weg weg ins auto ins auto ins auto ins auto oh was ist hier los steig in die höhle steig in die höhle nehmen wir die höhle hier und jetzt sind kein rad mehr was ist das denn die höhle ist völlig im eimer da können wir nichts mehr mitreißen wo ist denn schamper geht hier mit unserer höhle da hinten der ist weit weg so hast du die höhle jetzt so weit wieder fit mein lieber so ich versuche mal da rein zu gehen jetzt rein mit dir rein mit ja und gibt gas das haben wir geschafft so die karre ist wieder fit ok das heißt wir müssen irgendwo noch so ein blödes ding haben wo ist das ding jetzt wir müssen hier ständig in bewegung bleiben da oben da ist das blöde ding ja ok 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 wir haben da wir brauchen das ding können wir das mit hier mitmachen oh shit 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 geht das hier mit geht das hier mit geht nicht geht nicht macht da nicht jetzt 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 jawoll haben wir wow wow sag mal wie viel gibt es denn noch zerstöre scharniere am kiefer ok mein gott wie gibt es denn noch von da hinten ist schon wieder irgendwas die mission werden auch deutlich schwieriger langsam dass hoch neues dass war schon für mich ich habe noch ein schuss ab gekriegt. Das war es. Okay, ich hoffe, dass ich da jetzt wieder ansetzen kann. Meine Güte, das ist aber richtig heavy, die Mission. Also vorhin das mit der Kolonne war schon heftig. Die Missionen werden jetzt deutlich schwieriger. Das Spiel zieht an. Jawohl. Und das Laden dauert auch immer noch länger. Ja, meine Lieben, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Jawohl, wir können hier wieder ansetzen. Wunderbar. Wir haben aber trotzdem... Doch, wir haben fünf Geschosse jetzt wieder. Das ist ja cool. Oh, oh, oh. Ich muss irgendwie versuchen, da ein bisschen seitlich ranzukommen. Oh, da oben ist irgendwo ein Sniper. Der nervt einen Nieder ab. Ah. Ah, ich muss doch wenigstens mal eben zielen. Jawohl. Einen haben wir schon mal. Da oben ist der. Da oben ist der. Da oben ist die Ratte. Ich glaube, einen Sniper habe ich nicht mehr. Oder habe ich noch Sniper? Das Sniper-Gewehr habe ich, glaube ich, gar nicht mehr dabei. Nee. Aber ich bin gleich schon wieder tot. Wir müssen das hiermit nochmal versuchen. Ich muss da oben ran. Da oben, da oben ran. Jawohl. So, wie fahre ich jetzt um die beiden? Wow. Oh, ho, 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 ho. Alright. Oh, fah, 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 fah. So, und jetzt nochmal. Und nochmal in das Tor rein. In das Tor. Ja, okay. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Komm her, den anderen schaffst du auch noch. Komm her, einen haben wir noch. Jawohl. Mit der Harpune. Okay, Harpune habe ich noch. Oh, wir sind zu weit weg. Erstmal krallen wir uns den. Ist das geil. Die Harpune ist auch richtig cool. Okay. Jetzt nehmen wir uns das Tor vor. So. Jawohl. Hauptmission abgeschlossen. Das läuft bei uns. So, den fahren wir jetzt über. Sehr schön. Nice. Sehr schön. Ist hier irgendwas zu holen eigentlich? Ne, hier ist sonst nichts zu holen. Suchbereich. Doch irgendwas ist hier noch zu holen. Da schauen wir nochmal in. Irgendwas können wir da noch holen. Das wollte ich doch sagen. Da muss ja irgendwas zu holen sein noch. Können wir uns noch ein paar Teilchen mitnehmen. Damit sich der ganze Aufwand auch gelohnt hat. Das ist ja fast ein Kolosseum hier. Irgendwo hier? Oder wo soll das sein? Nebenan. Da hoch. Der ist da oben. Irgendwas. Da ist nichts mehr. Ich fahre da jetzt noch einmal durch und gucke nochmal durch. Und dann sonst war es das. Haben wir hier noch irgendwelche Teile vergessen? Das sieht nicht ganz gut aus. Okay, dann macker ich mal. Das haben wir ja alles erledigt hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wasser. Da haben wir noch den Pinkei hier. Ich glaube, das machen wir aber das nächste Mal. Wir fahren ja nochmal zum Wasser hin. Dass wir mal ein bisschen Wasser auftanken hier. Das war mal eine coole Mission, muss ich sagen. Obwohl, war relativ schwierig. Ui. Ich hoffe, ich bin ein bisschen zu hoch hinaus. Naja. Zum Glück kann die Höhle ja überall durch hier. Ja, ich war hier immer noch ganz gespannt auf meine Sony VR, die ich Anfang August bestellt habe. Ich bin mal gespannt darauf, wann Sony denn mit den Auslieferungen wieder beginnt. Wir haben jetzt, ja, fast Ende Oktober. Und wäre schon schön, die noch vor Weihnachten zu haben. Ich wollte euch natürlich dann auch mal so ein bisschen was zeigen. Aber auf jeden Fall wird die Pro kommen. Die habe ich ja auch bestellt. Und die Pro, die ist ganz sicher auch von Amazon bestätigt. Und da kommen schon die nächsten Probanden. Sehr schön. Also da können wir auf jeden Fall euch drauf freuen. Am 10. Am 10 geht das los. Wovor hast du denn hingeschlagen, du Nacken? So, ich kriegst jetzt mal einen Anlass hier. Nächster. Nächster. Zack. Boah. Heavy. So, komm her. Nächster. Nicht alle offenbar. Einer nach dem anderen. Oh, 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 das sieht nicht gut aus. Das ist aber auch eine fiese Aktion. Boah. In welchem Modus war der denn? Krass, du magst. Alles klar, meine Lieben. Dann ist das auch das Zeichen, dass wir an dieser Stelle dann eine kleine Pause einlegen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bleibt gesund. Und ich freue mich auf euch auch beim nächsten Mal wieder bei Mad Max. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.